Unser guter Freund Myrk ist tot. Unsere Schwester wurde entführt. Wir werden alle rächen, wenn wir nur jemals den Weg hier raus finden werden. Wunderschöne Es geht auf die Zeit, um die Anfehlungen zu verhalten werden. Die Anfehlungen zu verbreiten, und die Anfehlungen zu verbreiten, Merck Merck Wir werden sie nicht gewinnen lassen, Merck. Keine Angst. Ich habe mich eben schon gefragt, was zur Hölle ist da hinten? Warum ist da so ein Gang, wo nichts drin ist? Jetzt weiß ich es. Ist das Versteck, wo wir uns verstecken müssen? Faev ist sauer. Sie haben Merck umgebracht. Ihr seid es. Ihr habt Knopf auf dem Gewissen. Ihr werdet dafür büßen. Du und deine Freunde. Ihr seid alle schuld, dass unser Freund, unser langer Freund Merck, draufgegangen ist. Dass unsere Schwester in einen Hinterhalt geraten ist. Dass wir Urana auf der Abschutzliste stehen. Und wir. Hermo und Faev. Wäre dies. Sobald wir hier wieder raus sind, werden wir das auf jeden Fall lösen. Links. 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 Blicke. Ähm. Was ist denn dauernd mit den Fahrstühlen los? Fahren die vom Erdgeschoss in den 21. Tausend über einen Stock oder was? Die Sicherheitsfirma Ferrandello Kruger wurde autorisiert bis zur erneuten Verhaftung von Kiffmanners. Hörgen. Au. Ah. Was zur. Ah. Gute Arbeit. Durchsuchen. Erschießen Sie mich auch? Nein. Sie sind Kates größte Hoffnung. Waren das Ihre Leute? Nein, die sind vom PK. Pirandello Kruger. Privater Sicherheitsdienst. Was geht hier vor, Miller? Der Modern Pope. Hat sich rausgestellt, dass Sie einen Insider hatten. Rope Burn? Ja. Sie hatten recht. Ich habe selbst versucht, Antworten zu bekommen. Aber warum Kate? Sie brauchten einen CPF-Cop als Pope's Mörder. Keine Zeit für Erklärungen. Gehen Sie mit dieser Kommunikationseinheit aufs Dach. Dahin haben Sie Kate gebracht. Ich melde mich, wenn es sicher ist. Ich halte Sie auf. Das Dach. Gehen Sie. Jetzt. Miller. Kates Chef. Waffe Leer. Waffe Leer. Waffe Leer. Das ist echt kein großes Magazin, das Ding. Coordinator Reale. Ab理 bam. Ob er ist im IT-det礙. Damit wird wohlkreu氣. Look, cholress! Wo kommt die eine denn hier? Wollte ich sagen. Autsch. Ich hab dich. Ist die auch schon leer? Gibt's doch hier echt nicht. Was zur Hölle? Warum? Nass... Alter. Ich stell mich schon wieder an wie berotet ist hier. Au. Ja, mein Fehler. Sorry. Klippt doch jetzt. Und da blickt schon rot. Oh, 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 Deckung. Okay, gut. Nächsten. Sehr gut, Faith. Sehr gut. Zielwasser heute getrunken. Das ist schon mal sehr gut. Wo müssen wir hin? Oh, oh. Schnell, Tür zu, Tür zu. Hui. Ich hab schon mal gesagt, dass ich Fahrstühle liebe. Hier ist so schön still. Und keine Kugeln. Und... Es dauert immer ewig. Man kann mal Luft holen. Das hört sich grad gefährlich an. Hallo? Willkommen in der Scherbe. Dieses monumentale Geburtstuhl in 2012 von den München-Architekten J.T. Thomas entworfen. Es hat über 100 Stockwerke, Geschäfte und Wohnanheiten, darunter auch die Berufsführung der Meister Keller haben. Die Scherbe bietet einige der spektakulärsten Ausblicke auf die Stadt. Leider ist das Fotografieren in den Stockwerken 6.111 nicht bestattet. Infos für die Kirche behalten. Ihr Pannterbilder, rücken T-Shirts und an die große Aufwand sind kein Zweck und Erfreschungsgetränke. Lassen Sie Ihre Waffen fallen. Bleiben Sie, wo Sie sind und bereiten Sie sich auf Ihre Verhaftung vor. Die Waffen wir besuchen der Schale. Ah! Ah! Stockwerke, okay. Das erklärt, warum das so laut ist. Ja, Müller? Ich bin im Überwachungsraum. Ich habe Sie auf dem Monitor. Sie müssen aus dem Aufzug raus. Sie kommen! Ich bin schon draußen, nur wie komme ich... Wow, ist doch das denn jetzt? Wow! Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ohne... Also, der war blind. Ich bin normalerweise der Blinde. Komme ich denn da jetzt runter? Okay, der fährt jetzt... Hä? Äh? Okay, ich probiere einfach mal. Das war gerade der Verstuhl. Was? Wo wir sind, hä? Okay, das ist zu tief zum Springen. Schade. Ich dachte, ich kann da auf die... Das Ding springen und dann direkt... Hä? 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 Alter! Ich kann nicht von da nach da springen, weil dieser Fäuler im Weg ist. Aber ich muss da rüber irgendwie... Darüber springen geht auch nicht. Das ist wiederum zu weit. Und... Ich probiere das nochmal. Nein, so geht das auch nicht. Ich muss also... Von da zu dieser Leiter. Dieser Leiter. Da drüben kommen wir nicht hin. Ich... Ich probiere jetzt einfach mal... Oh, da kam gerade noch Verschluss. Okay, das... Warum... Warum... Warum tue ich eigentlich... Warum denke ich immer eigentlich so schwer? Okay, da oder da hin? Alles klar. Gut, da kommt kein Verstuhl. Der ist gerade weg. Also springen wir jetzt mal da rüber. Da auskommen wir jetzt da rüber. Wo? Okay, vielleicht hätte ich an das Rohr springen sollen. Und den Mittelgang ignorieren. Auf ein neues! Ich bin sehr... Na? Warstuhl? Okay. Immer schön warten. Nein, du sollst die fallen lassen. Genau, einer. Direkt an das Rohr jetzt vielleicht. Wieso packst du das Rohr nicht? Komisch, komisch. Fahrstuhl? Jetzt? Ich spring da nicht, bevor ich dann nicht weiß, dass da gerade ein Fahrstuhl durchgefahren ist. Hallo? Aha, siehste? Oh! Mist! 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 Ich sollte vielleicht auch springen, wenn ich schon warte. Schnell weg! Wir warten jetzt nicht mal auf Fahrschülle. Okay, auf den hier warten wir noch. Na? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Da war er! Was? Nein! Fave! Da rein sollst du! Genau! Jetzt muss ich da drauf landen, irgendwie! So, jetzt kommt der! Jetzt kommt der! Jetzt gleich muss der andere kommen! Na? Wo? Achso, der ist... Nein! Fave! Was machst du denn? Das ist doch zu tief so! Du kannst doch da nicht einfach so rüber springen, Fave! Das weils zu dauern! Ah, ein Stückchen noch! So, und wie kann ich denn da jetzt... Kann ich da so wallrunnen? Ey, das ist ja der komische Pfeiler am Weg! Ich muss ein bisschen schief springen, glaube ich! Nein! Ah, Fave! Du standst doch drauf! Du standst doch schon drauf! Fave! Was ist denn los mit dir? Hast du wirklich deine Clowns Schuhe da an diesen... Zwei deine Wanderschuhe angezogen? Die sind ein bisschen schmaler! Oh, der war knapp! Oh, der war knapp! Okay, in der Mitte kommt hier keiner! Wollen wir auch nicht auf dem Fahrstuhl warten! Na? 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 So... Sicherheit... Drüber müssen wir! Oh, balancieren! Oh Gott! Wow! Wow! Der war knapp! Sind wir hier richtig? Nee! Oder? Doch! Ach, das ist ja der Lüftungsschacht! Genau! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Und jetzt hier lang, oder was? Okay! Ich hoffe, das war der richtige Weg! Ja, der ging jetzt nicht lang! Wow! Ventilator! Ähm... Hä? Ah, okay! Die paar Rohre da hoch! Da drüber, da rein! Und zum nächsten Lüftungsschacht! Jawoll! Ja, das läuft! Das läuft! Ach du Scheiße! Okay... Okay... Zack! 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 Sehr gut! Sightenwave? Wo ist jetzt hier hinter? Hier hinten ist einfach nichts! Okay! Gut, dann lassen wir mal dieses Nichts und... Springen wir hier hoch! Genau! Haha! Boah! Alter! Wir laufen! Wir laufen gut! Wir sind gut! Wir laufen gerade gut! Was ist das da runter? Nee, da nicht lang! Hier lang! Kommen wir da hoch? Nee, kommen wir so nicht hoch! Kommen wir so nicht durch! Pfiff! Ähm... Hä? Nee, aber hier sind wir doch hergekommen, oder? Ja! Jetzt bin ich total verwirrt! Was sagt Kollege Alt? Kollege Alt sagt gerade nichts! Scheiße! Oh, verdammt! Verlaufen! Ein 10m Lüftungsschacht! Gibt's denn nicht! Da kommen wir hoch! Kommen wir hier runter? Oh! Ich wollte mich eigentlich schon abräumen! Von hier aus kommen wir jetzt... Ich bin gerade total verwirrt! Jetzt sehe ich Sie! Ein Scharfschützen-Tim überwacht dieses Gebiet! Sie können auf der anderen Seite wieder rein! Seien Sie vorsichtig, Faith! Auf der anderen Seite wieder rein! Seien Sie vorsichtig, Faith! We'll see you tomorrow! sten jetzt, wir mal da zuhause! Oh! Und dann, wir schenken auf die Fische... Das, wir rohlen, auf die Quartelle... Vielen Dank.